Voyage to go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur zwölften Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren. Als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu, unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellung geben. Auch in der letzten Folge ankert die HMS Resolution in Neuseeland. Einige Offiziere waren am vorgestrigen Abend zur Jagd auf eine kleine Insel gefahren. Bei dem stürmischen Wetter hatte sich ihr Boot vom Ufer losgerissen. Georg Forster und Käpt'n Cook fanden die Jagdgesellschaft aber wieder, mussten dafür aber die Nacht unter freiem Himmel auf der Nachbarinsel verbringen. Mittwoch, 14. April 1773, Daski Bay, Neuseeland. Um drei Uhr morgens, als das Wasser hoch genug war, brachen sie auf und holten die Offiziere von der ungemütlichen Insel ab, wo sie gestrandet waren, und warten mussten. Sie brachten sie zurück zur Bucht, wo ihr Boot am Vortag zurückgelassen worden war. Dort trafen sie bei dem regnerischen und windigen Wetter auf eine Menge bläulicher Sturmvögel, die im südlichen Ozean häufig vorkommen. Einige flogen herum, andere versteckten sich im Wald zwischen den Baumwurzeln, in Höhlen oder Felsspalten, wo sie schwer zu erreichen waren und ihre Nester hatten. Man hörte sie entlang der Merkhänge mit verschiedenen Rufen, einige laut und klar, andere wie das Quarken von Fröschen. Dabei erinnerten sie sich an eine andere Gelegenheit, als sie auf einer der Seehundinseln unzählige Höhlen fanden und auch dort die jungen Sturmvögel hörten. Diese Höhlen waren jedoch miteinander verbunden und es war unmöglich, den Jungen zu nahe zu kommen. Die Eltern waren tagsüber nicht zu sehen, da sie sich auf See Nahrung suchten. Normalerweise sah man sie morgens ausfliegen und abends zurückkehren, um ihre Jungen zu füttern. Sie hatten breite Schnäbel und einen dunklen Streifen über den Flügeln und dem Körper, waren aber kleiner als die üblichen Puffins oder Mankpetrels der europäischen Seen. Der Instinkt dieser Tiere, Höhlen für ihre Jungen zu graben, über den Ozean zu fliegen, um Nahrung zu suchen und dann ihren Weg über viele Meilen zurück zur Küste zu finden, war wirklich bewundernswert. Nachdem sie eine Weile bei dieser Beobachtung verweilt hatten, stiegen die Offiziere in ihr wieder entdecktes Boot und kehrten mit dem Kapitän zurück, der um sieben Uhr morgens nach einer unruhigen Nacht auf dem Schiff erschöpft ankam. Die Indianer schienen das schlechte Wetter vorausgesehen zu haben. Sie waren vom Lagerplatz in der Nähe des Schiffs weggegangen und zurück zu ihren Wohnungen auf der Indianerinsel gegangen. Donnerstag, 15. April, Dusky Bay. Heute wurde das Wetter etwas besser. Der Kapitän fuhr also erneut hinaus, um die nordwestliche Seite der Bucht weiter zu erkunden, während Georg und sein Vater sich einigen Offizieren anschlossen, die die nächste Nacht in einer Bucht am Ufer verbringen wollten. Auf dem Weg dorthin kamen sie an ihrem Fischerboot vorbei, das jeden Morgen ausfuhr, um das gesamte Schiff mit dem Mittagessen zu versorgen. Sie waren ziemlich überrascht, den jungen schwarzen Hund im Boot zu sehen, der ihnen am 2. April weggelaufen war. Die Leute erzählten, dass sie am Morgen ein trauriges Heulen in der Nähe der nächsten Landspitze gehört hatten und dass der Hund sofort ins Boot gesprungen sei, als sie danach suchten. Obwohl er 14 Tage lang im Wald gewesen war, schien er nicht hungrig gewesen zu sein, sondern gut genährt und gesund. Wahrscheinlich hatte er sich von den vielen Wachtelkönigen ernährt, die in diesem Teil von Neuseeland sehr häufig sind, oder von Muscheln und toten Fischen, die das Meer angespült hatte. Wenn es also in Neuseeland fleischfressende Tiere gab, müssten sie, basierend auf der vorhandenen Nahrung, zahlreich sein. Sie hatten seit ihrer Ankunft hier versucht, rauszufinden, ob es wilde, vierbeinige Tiere gab, aber sie fanden keine Spur. Einer ihrer Leute behauptete zwar, zweimal ein braunes Tier gesehen zu haben, das auf einem Baumstumpf in der Morgendämmerung saß, aber es schien wahrscheinlich, dass er sich geirrt hatte und entweder einen Wasservogel oder eine Katze für ein neues Tier gehalten hatte. Nachdem sie die Geschichte des Hundes von ihren Fischern gehört hatten, segelten sie weiter und steuerten eine Bucht an, in der sie viele verschiedene Entenarten entdeckten und einige davon abschossen. Eine Entenart war so groß wie eine Eiderente mit schönem schwarzbraunen Gefieder und weißen Flecken. Eine andere Art war etwas so groß wie eine Stockente, aber ganz hellbraun mit einem gelblich-weißen Rand um die Augen und glänzend blaugrünen Flecken auf den Flügeln. Die dritte Art war eine bläulich-graue Pfeifente mit eisenfarbenen Federn auf der Brust und einem großen weißen Fleck auf den Flügeln. Die vierte und häufigste Art war eine kleine braune Ente, ähnlich der Knarreente. Nachdem sie genug Fische und Enten für das Abendessen gefangen hatten, machten sie es sich am vereinbarten Treffpunkt gemütlich und bereiteten das Abendessen zu. Sie hatten so einen guten Appetit, dass sie es mit der Küche nicht so genau nahmen. So bräten sie ihren Fisch auf Stöcken über dem großen Feuer und er schmeckte ausgezeichnet. Nach dem Essen unter einem Schluck Sprossenbier legten sie sich zur Ruhe und verbrachten die Nacht. Am nächsten Morgen wurde ein Boot ausgeschickt, um weitere Vögel zu jagen, aber fast alle Enten entkamen, da die Gewehre nass waren. Im 18. Jahrhundert konnten nasse Gewehre nicht effektiv schießen. Das hatte mehrere Gründe. Die Hauptfeuerwaffen in dieser Zeit waren Steinschlossgewehre. Diese Waffen verwendeten einen Funken aus einem Feuerstein, um das Pulver im Zündloch zu entzünden. Das Schwarzpulver, das in diesen Gewehren verwendet wurde, war anfällig für Feuchtigkeit. Wenn das Pulver nass wurde, verlor es seine Entzündungsfähigkeit. Selbst wenn der Funke aus dem Steinschloss den Zündkanal erreichte, konnte das nasse Pulver nicht effektiv brennen. Der Ladevorgang bei Steinschlossgewehren war außerdem zeitaufwendig und erforderte Sorgfalt. Wenn das Pulver nass war, konnte es klumpen und den Ladevorgang weiter verlangsamen. Der Kapitän ging zu Fuß weiter und fand eine erstaunliche Menge an Wasservögeln, von denen er zehn Paare zurückbrachte. Jedoch hatte er es schwer, sie zu finden und musste sich durch das verwachsene Holz und Gebüsch kämpfen. Um neun Uhr waren alle wieder beisammen und sie machten sich auf den Rückweg zum Schiff. Dabei machten sie an verschiedenen Orten Halt, um nach Enten zu suchen und kamen erst um sieben Uhr abends zurück an Bord. Von dieser zweitägigen Jagd brachten sie sieben Dutzend verschiedene Vögel mit, darunter ungefähr 30 Enten, und halten die Beute unter den verschiedenen Gruppen auf. Sie hatten hier die Gelegenheit zu bemerken, dass kein Teil von Neuseeland so reichlich mit Vögeln versehen ist wie Daski Bay und dass es hier viele verschiedene Arten von Wasservögeln und Landvögeln gibt, darunter Papageien, Habichte und viele unbekannte Arten. Am nächsten Tag regnete es so stark, dass niemand vom Schiff kommen konnte. Aber am Montag war das Wetter ausgezeichnet und Georgs Vater machte sich auf den Weg zu einem Berg neben ihrem Wasserplatz. Er musste eine halbe Meile durch Farnkraut, verrottenes Holz und dichten Wald gehen, bevor er zu einem schönen See mit süßem Wasser gelangte. Der See war etwa eine halbe englische Meile im Durchmesser. Das Wasser war klar und schmackhaft, aber wegen der hineingefallenen Baumblätter hatte es eine braune Farbe angenommen. Es gab nur eine Art von Fischen darin, eine kleine Art, ähnlich wie Forellen, aber ohne Schuppen. Die Fische waren braun und hatten gelbliche Flecken, die wie alte orientalische Buchstaben aussahen. Der See war von einem dichten Wald umgeben, der aus großen Bäumen bestand und die Berge ragten in verschiedenen Formen rundherum empor. Alles war öde und still. Man hörte kein Geräusch, selbst die Vögel waren nicht zu hören, weil es in dieser Höhe sehr kalt war. Keine Pflanze blühte. Kurz gesagt, die ganze Gegend wirkte sehr traurig. Dienstag, 20. April, Dusky Bay. Bei schönem Wetter beschlossen ihre guten Freunde, die Ureinwohner, sie erneut zu besuchen. Sie schlugen ihr Lager an derselben Stelle auf wie zuvor vor acht Tagen. Als sie gebeten wurden, an Bord zu kommen, versprachen sie es für den nächsten Tag. In der Zwischenzeit gerieten sie untereinander in Streit. Der Mann schlug die beiden Frauen, die sie für seine Ehefrauen hielten, während das Mädchen ihn zurückschlug und dann anfing zu weinen. Die Ursache ihres Streits war unklar. Wenn das Mädchen tatsächlich die Tochter des Mannes war, dann waren die Vorstellungen über die Pflichten der Kinder in Neuseeland sehr verwirrend oder möglicherweise nicht vorhanden. Am nächsten Morgen schickte der Mann die beiden Frauen mit den Kindern im Kanu zum Fischen. Er selbst machte sich mit dem Mädchen bereit, zum Schiff zu kommen. Sie kamen von der anderen Seite der Bucht zum Steg, der zum Schiff führte. Zuerst wurden sie zu einem nahegelegenen, eingezäunten Bereich auf dem Berg geführt, um ihnen die Ziegen und Schafe zu zeigen. Als sie die Tiere sahen, waren sie erstaunt und wollten welche haben, aber es gab hier kein Futter für sie. Als sie zurückkamen, wurden sie von Kapitän Kuck und Georg Forsters Vater auf der Brücke begrüßt. Der Eingeborene schenkte beiden, nach der üblichen Begrüßung mit der Nase, Kleidung aus Flaxfasern geflochten und mit Papageienfedern verziert. Dem Kapitän gab er zusätzlich ein Stück grünen Talgsteins, das wie die Klinge eines Beils geschliffen war. Bevor er die Brücke betrat, steckte er ein Stück Vogelhaut mit weißen Federn als Schmuck in sein Ohr und brach einen grünen Zweig von einem Busch. Mit dem Zweig in der Hand ging er voran und blieb stehen, als er die Seitenwände des Schiffs erreichte und klopfte mehrmals mit dem grünen Zweig dagegen. Dann begann er, eine Art Gebet- oder Beschwörungsformel im Takt zu rezitieren, mit ernstem und feierlichem Verhalten. Während dieser Zeremonie blieb das Mädchen ruhig und ernsthaft neben ihm stehen, ohne ein Wort zu sagen. Nachdem er seine Rede beendet hatte, schlug er erneut gegen die Seiten des Schiffs, warf den Zweig zwischen die Wandketten und stieg an Bord. Diese Art feierlicher Ansprache zur Schlichtung von Konflikten ist bei allen Völkern der Südsee üblich. Sowohl der Mann als auch das Mädchen, die Speere in den Händen hielten, wurden dann auf das Hinterdeck gebracht. Dort bewunderten sie alles, insbesondere waren sie von einigen Gänsen, die in einem Käfig eingesperrt waren, fasziniert. Sie beschäftigten sich auch mit einer schönen Katze, streichelten sie jedoch falsch, sodass das Fell aufrecht stand, obwohl man ihnen zeigte, wie man sie richtig streichelt. Wahrscheinlich taten sie es, um das schöne Fell des Tieres zu bewundern. Der Mann betrachtete alles Neue mit Erstaunen, aber seine Aufmerksamkeit verweilte nie lange bei einem bestimmten Objekt, daher mussten die Ehenen viele ihrer Kunstwerke genauso unerklärlich erscheinen, wie die Werke der Natur. Die vielen übereinandergebauten Decks ihres Schiffes und die solide Bauweise desselben beeindruckten ihn mehr als alles andere. Als das Mädchen Herrn Hotsches traf, dessen Arbeit ihr bei der ersten Begegnung so gut gefallen hatte, schenkte sie ihm ein Stück Stoff von derselben Art, wie der Kapitän und Georgs Vater es vom Mann erhalten hatten. Die Sitte, Geschenke zu machen, ist sonst in anderen Gegenden von Neuseeland nicht so verbreitet wie auf den kleineren Inseln zwischen den Wendekreisen. Jedoch schien diese Familie sich insgesamt weniger nach den allgemeinen Bräuchen ihres Volkes zu richten, sondern sich in jedem einzelnen Fall so zu verhalten, wie es ihre ehrliche Natur und eine kluge Rücksicht auf ihre Situation ihnen eingaben. Die Seefahrer baten sie in die Kajüte und nach langem Überlegen ließen sich die Ureinwohner schließlich dazu überreden, die Treppe hinunterzugehen. Dort bewunderten sie nun alles, vor allem aber den Gebrauch der Stühle und dass sie von einem Ort zum anderen gebracht werden konnten. Der Kapitän und Georgs Vater schenkten ihnen Äxte und andere Dinge von geringerem Wert. Letztere legte der Mann auf einen Haufen zusammen und hätte sie auch beim Abschied dort liegen gelassen, wenn man ihn nicht daran erinnert hätte. Äxte und große Nägel jedoch ließ er nie aus den Händen, sobald man sie ihm einmal gegeben hatte. Als sie sahen, dass sie sich zum Frühstück setzten, setzten sich die Ureinwohner neben sie, ließen sich aber trotz Bitten nicht dazu bewegen, auch nur etwas von ihrem Essen zu kosten. Sie erkundigten sich hauptsächlich, wo sie schliefen. Der Kapitän führte sie daher zu seiner Hängematte, die noch aufgehängt war und den Neuseeländern viel Freude bereitete. Von der Kajüte aus gingen sie zum zweiten Deck hinunter in das Quartier des Constables und nachdem sie auch dort einige Geschenke erhalten hatten, kehrten sie zum Kapitän zurück. Nun holte der Mann einen kleinen ledernen Beutel, vermutlich aus Seehundfell, hervor und steckte unter vielen Zeremonien die Finger hinein, um dem Kapitän den Kopf mit Öl oder Fett zu salben. Diese Ehre wurde jedoch abgelehnt, da der Duft des Öls ihnen sehr unangenehm war, obwohl es von dem Ureinwohner als äußerst wohlriechend angesehen wurde und als sein kostbarstes Geschenk galt. Der schmutzige Beutel machte die Sache noch abstoßender. Herr Hodges kam dagegen nicht so glimpflich davon, denn das Mädchen, das einen mit Öl getränkten Federbusch an einer Schnur um den Hals gehängt hatte, bestand darauf, ihn damit zu reinigen und aus Höflichkeit gegenüber ihrem Geschlecht konnte er das wohlriechende Geschenk unmöglich ablehnen. Sie überließen es nun den Neuseeländern, sich im restlichen Teil des Schiffes umzusehen, wie sie wollten. Mit dem Kapitän und einigen anderen Offizieren fuhr Georg und sein Vater in zwei Booten hinaus, um einen Arm des Meeres zu erkunden, dessen Mündung östlich von ihrer Position aus lag. Je weiter sie hineinfuhren, desto höher, steiler und unfruchtbar wurden die Berge. Die Bäume wurden nach und nach kleiner und dünner, bis sie schließlich kaum mehr als Sträucher waren. Normalerweise findet man die besten Wälder und das stärkste Holz weiter im Landesinneren, fernab von der See. Von hier aus konnten sie die südlichen Berge mit ihren hohen Gipfeln und Schneehauben deutlicher erkennen. Aufgrund der vielen schattigen Inseln, an denen sie vorbeifuhren und der kleinen Buchten und Wasserfälle entlang des Arms, war die Fahrt äußerst angenehm. Besonders beeindruckend war ein prächtiger Wasserfall, der sich von einem steilen, von Büschen und Bäumen bewachsenen Felsen gegenüber der letzten Insel ergoss. Das Wasser im Kanal war ruhig und so klar, dass sich die Landschaft darauf spiegelte. Die steilen Felsen und Berge beleuchtet in verschiedenen Formen und Farben wirkten äußerst beeindruckend. Zur Mittagszeit steuerten sie in eine kleine Bucht, um Fische zu fangen und Vögel zu jagen. Dann ruderten sie bis zum Einbruch der Abenddämmerung weiter, bis sie das Ende des langen Seearms erreichten und in eine schöne Bucht einliefen. Das Wasser wurde hier so flach, dass sie nicht weiter hineinrudern konnten und ihr Lager am ersten Strand aufschlagen mussten, den sie finden konnten. Sie meinten Rauch zu sehen, doch als sich nichts weiter zeigte und sie auch im Dunkeln kein Feuer entdeckten, beruhigten sie sich damit, dass sie möglicherweise vom Nebel getäuscht worden waren. Sie richteten ihre Nachtlager ein und machten sich fröhlich an die Arbeit. Um die Art, solche Ausflüge besser zu verstehen, ist es hilfreich zu erklären, wie sie normalerweise abliefen. Sobald sie eine Stelle zum Landen gefunden hatten, wo sie bequem an Land gehen konnten und in der Nähe ein Bach und etwas Holz waren, brachten sie als erstes Ruder, Segel, Mäntel, Flinten, Äxte und so weiter ans Ufer. Ein Fass mit Bier oder vielleicht eine Flasche Brandwein durften dabei nicht fehlen. Die Matrosen ankerten die Boote und sicherten sie mit einem Seil am nächsten Baum am Ufer. Währenddessen suchten einige von ihnen nach trockenem Feuerholz, was in einer so feuchten Gegend wie Dusky Bay oft schwer zu finden war. Andere errichteten ein Zelt oder einen Wetterschutz aus Ruderblättern, Segeln und starken Ästen an einem möglichst trockenen, wind- und regengeschützten Ort. Wieder andere machten ein Feuer vor dem Zelt, meist mit Feuersteinen und Schießpulver entzündet. Beim Zubereiten des Abendessens ging es meist schnell voran. Einige Matrosen bereiteten die Fische vor, zogen den Wasservögeln die Federn ab, reinigten und brieten sie. Dann wurde der Tisch herbeigeholt, normalerweise eine Bank aus dem Boot, die sauber gemacht und als Teller und Schüssel diente. Messer und Gabeln wurden oft durch Finger und Zähne ersetzt. Diese Lebensweise mag für den zivilisierten Hörer auf den ersten Blick unreinlich und ekelerregend erscheinen, aber damals überwand der gesunde Appetit, den sie der körperlichen Anstrengung und der frischen Luft verdanken, solche Vorbehalte schnell. Bei diesen Gelegenheiten wurde oft den komischen Einfällen der Matrosen gelauscht, die um das Feuer herumlagen, ihr Abendessen machten und dabei mit Flüchen, Kraftausdrücken und groben Ausdrücken lustige Geschichten erzählten, die selten ohne echten Humor auskamen. Dann bereiteten sie Fahnenkraut im Zelt aus, wickelten sich in die Bootsmäntel und legten sich zum Schlafen hin, mit Flinte und Munitionstasche unter dem Kopf anstelle von Kissen und jeder bereitete sich so gut wie möglich auf den Schlaf vor. Damit geht der zwölfte Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch auf meine aktuellen Reisen mit. Das war also meine zwölfte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir auch in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.